Für uns war es ganz speziell, allein wegen der Bühne, die war super, auf so einer Bühne haben wir noch nie gespielt, mit kreisrundem Dach, mit Fans in der ersten Reihe, die einen zujubeln von der ersten Minute an und ich habe da, glaube ich, Mädchen Räder schlagen gesehen, ich habe Burschen Breakdancen gesehen, das alles ist noch nie passiert auf einem Konzert von uns. Sie tanzen zwar immer gerne die Leute, aber heute war es wirklich ganz speziell, eine tolle Stimmung. Es sind Gänsehautmomente, die man jeden Tag an jedem Standort erlebt und es ist einfach wunderschön.